So gar keinen Platz fand zunächst Dieter Brandt in der Gemeinschaft der Kirche. Ich hatte in der Jugend ein bisschen Probleme mit dem Bodenpersonal. Das heißt, ich habe irgendwann nach der Hochzeit den Ausritt vollzogen, weil ich gesagt habe, die Kirche bringt mir nichts. Doch dann erlebte Dieter Brandt in Schwabstedt den dortigen Gospelchor. Erst hier auf dem Dorf in der Gemeinschaft habe ich übers Singen die Kirche wiedergefunden. Und zwar erst habe ich nur gesungen und gerne mitgesungen. Und dann habe ich hier das Pastoren-Ehepaar-Kreuz kennengelernt. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, das ist ein besonderer Chor. Hier wird nicht nur zusammen gesungen, sondern hier wird aufeinander geachtet. Und das ist so eine tolle Gemeinschaft. Dazu möchte ich auch gehören und auch wieder gehören. Und damit ist der Entschluss gereift, wieder einzutreten. Und ich bin froh und glücklich, wieder dabei zu sein. Und Gospelmusik in der Kirche, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und heute Abend, das ist das 14. Konzert, was wir hier machen. Und die Stimmung ist immer sagenhaft. Und die Stimmung ist immer sagenhaft. Das ist das 14. Konzert, was wir dann machen. Vielen Dank.